Hey, ich bin der Alex. Willkommen zu einem neuen Video bei TurnOn. Heute reden wir über Nanoleaf und deren Aurora bzw. Canvas-Leuchten. Aber ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich schon richtig, warum reden wir genau jetzt über Nanoleaf und das, was sie bisher so rausgebracht haben. Nun, ist ganz einfach. Zum einen, Nanoleaf hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit vor ein paar Monaten eine neue Serie ihrer Aurora-Leuchten rausgebracht und zwar die Canvas-Edition. Also nach dreieckig kommt jetzt viereckig. Und es wird ja neben Philips Hue und Co. immer mehr zu einem, zu einer alternative Möglichkeit der Beleuchtung. Also man will nicht einfach nur anmachen und der Raum ist hell, sondern immer mehr und mehr hat man ja Lust auch ein bisschen mehr zu machen mit Licht. Es ist also eine Art Design-Element geworden. Und wenn ihr mal genau überlegt, ihr habt das ja vielleicht schon auf vielen Fotos gesehen oder vielleicht auch in Filmen, Fernsehsendungen oder auch in Twitch-Streams, die Leute ziehen nicht einfach nur irgendwie eine Linie, sondern die fangen da an mit Figürchen zu bauen und die dann auf unterschiedliche Art und Weise blinken zu lassen. Zur Weihnachten werden Tannenbäume gebaut und blinken da wie bei einem Tannenbaum die Lichterketten oder diese Umschnall-Gierlanden und sowas. Oder eben auch als interaktives Element, wie schon gesagt Twitch, dass man da sagen kann, wenn was reinkommt an Donations, also Spenden oder oder Abos für einen Streamer, dass noch einmal das ganze Zimmer einmal kurz heller leuchtet wird und auch so eine Art Event dann stattfindet. Also dafür werden dann solche Leuchten mittlerweile genutzt. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Und da dachten wir, wieso lassen wir das eigentlich links liegen? Das können wir nicht tun. Lass uns die Dinger noch mal ein bisschen genauer angucken. Und deswegen habe ich hier schon mal testweise dieses Setup der ursprünglichen Generation der Nano Leaf Aurora angebracht. Und wir zeigen euch mal so ein bisschen, wie das aussieht, wenn man damit herumspielt. Dafür braucht ihr eine App. So, die App heißt Nano Leaf. Die Einrichtung ist ganz einfach, denn das Nano Leaf ist kompatibel mit allen aktuellen Smart Home Systemen. Das heißt also Apple Home Kit, Alexa, Google Home und IFTTT. Also if this then that könnt ihr damit auch konfigurieren und dann über euer Heimnetzwerk steuern. Wenn ihr denn die App geöffnet, beziehungsweise das Aurora System oder das Canvas System verbunden habt, dann seht ihr hier einen Reiter, der euch schon sagt, was ihr mit eurem System machen könnt. Also je nachdem, was ihr für eins habt, gibt es auch unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten. Das heißt entweder einfarbig das Licht abstimmen oder Multicolor oder sogar auch als Rhythm. Das bedeutet im alten System, wenn ihr das sogenannte Rhythm-Modul dabei habt, könnt ihr das Licht gemäß der Geräusche in der direkten Umgebung aufblitzen lassen. Sei es zur Musik, sei es zur Sprache oder anderen Dingen. Wir fangen mal an mit einfarbig und drücken da drauf warm weiß. Leselicht. Tageslicht. Und selbst das könntet ihr noch individuell konfigurieren. Wenn ihr es aber ein bisschen farbiger haben wollt und nicht nur lesen und schlafen, dann drückt ihr zum Beispiel auf vorgefertigte, vordefinierte Szenarien wie Color Burst oder Flames. Wobei ich mich frage, was das an Flammen sein soll. Inner Peace, wenn ihr die nächste Yoga-Übung macht. Oder zum Beispiel hier, Northern Lights. Was aber da rot und gelb drin zu suchen hat, schwierig. Falls ihr also diese vorkonfigurierten Dinger genauso doof findet wie ich, dann könnt ihr nämlich hier unten auf den Reiter entdecken und das Ganze noch tauschen. Aber bevor wir dazu gleich kommen, noch erstmal die Rhythm-Sektion. Hier habt ihr zum Beispiel das Preset Fireworks. Und je nachdem, was jetzt akustisch passiert, habt ihr dann als Preset ein Feuerwerk, das passend zum Audio-Geschehen drumherum gezündet wird. Und je mehr man, ah, hallo, da reingebt in dieses Sound-Mode, desto mehr kommt auch optisch bei raus. So, wie gesagt, wenn ihr mehr wollt als diese vorkonfigurierten Dinger, gibt es nämlich hier so eine Art In-App-Store. Und jetzt ist nämlich das Tolle, wenn ihr das Canvas-Modul habt, was ja auch mit Touch funktioniert. Also ihr könnt da jeweils die Module antouchen und dann passiert immer irgendwas anderes. Könnt ihr nämlich neben einfach nur Farb- oder Rhythm-Presets auch interaktive Presets euch herunterladen. Da gibt es hier so einen Reiter und da gibt es dann so coole Spiele wie Simon Sass oder Pac-Man oder Spiel des Lebens. Und Simon Sass kennt man ja, da wird der Computer, der spielt einem dann so die Farben vor und man muss sie dann nachdrücken. Und wenn man das dann jeweils richtig gedrückt hat, je nach Kasten, dann kommt man eine Runde weiter. Und bei Pac-Man, je nachdem, wie man dann sein Canvas gebaut hat, läuft da so ein gelbes Ding durch und frisst dann die Geister beziehungsweise die Pillen auf. Und man kann ja dann immer dabei stoppen, das in der einen Richtung. Total verrückt! So, aber das Tolle dabei ist, bei diesen Store-Downloads, bei diesen DSCs, das sind nämlich manuell handgefertigte, konfigurierte Presets von irgendwelchen Designern und Leuten da draußen, die sich richtig mit diesem System auseinandergesetzt haben. Und wenn ihr dann mal guckt, was es da zum Beispiel auch saisonalbedingt zu Weihnachten und Co. so gibt, dann kommt ihr da teilweise auf richtig, richtig geile Sachen. Richtig durchdachte Weihnachtsbäume, Weihnachtssterne oder weiß der Geier, die dann auch richtig schön aussehen mit eurem jeweilig, na, aufgebauten Set. Und es richtet sich ja auch immer danach, wie ihr euer Set baut. Also wir haben das immer hier in Anführungszeichen ein bisschen abstrakter für euch hingebaut, aber man könnte ja auch wirklich Figuren basteln. Das erkennt auch diese Software, weil ihr habt dann hier in eurem Dashboard auch die Möglichkeit, eure Light Panels nach Form zu konfigurieren. So hier, und dann seht ihr auch, wie ihr die schieben könntet, wo ihr eine Farbe hinschiebt und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie viel ihr dann habt und wie ihr das figurentechnisch aufbaut, so richtet sich dann auch das Licht danach. So, und wenn ihr dann noch nicht genug habt und euch denkt, boah, jetzt habe ich so viel Geld für dieses System ausgegeben, ich will damit noch mehr machen, dann gibt es auch einen neuen Reiter in der App, der heißt Entdecken, beziehungsweise, nee, jetzt heißt er erfahren, Entschuldigung. Und da könnt ihr je nach eurem System euch auch angucken, Designinspirationen heraussuchen und schauen, oh, was kann ich mit meinem jetzigen System so machen oder wie viel bräuchte ich theoretisch noch zusätzlich, um das alles zu machen, was hier drin zu sehen ist. Denn aktuell liegt so ein Set mit neun Teilen bei, um den dicken Daumen, 200 Euro, mit dem zweiten Set mit 15 Teilen bei 250, 260 Euro. Und ohne den Steckern, um das Ganze mit dem WLAN verbinden zu können, sondern nur die Teile, um das Bild erweitern zu können, ist man aktuell als Erweiterungsset bei 50 bis 70 Euro, je nach Händler von denen hier. Und die neuen Canvas, die eckigen, die sind, da müsst ihr jeweils pro Set nochmal ein paar Euro obendrauf rechnen. Variiert aber auch immer je nach Händler. So, und das Ganze könnt ihr natürlich auch mit Zeitschaltplänen verfeinern. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid und nicht wollt, dass manch einer denkt, ihr seid nicht da, dann könnt ihr das Ganze auch automatisch steuern, dass in der Wohnung auf einmal der bei der Party abgeht. Oder dass ihr auch sagen wollt, ich will mit einem schönen Licht einschlafen und morgens mit einem schönen Licht wieder aufwachen. Also dafür gibt es nämlich auch in der App einen Reiter, der heißt Zeitschaltpläne. Und das ist eigentlich alles, was man zum Thema Nanoleaf Aurora bzw. Canvas wissen muss. Jetzt wird mich aber bzw. wird uns so interessieren, was ihr dazu sagt. Also was ist eurer Meinung nach so ein perfektes Einsatzgebiet für solche Light Panels? Schreibt es mal in die Kommentare und vielleicht, vielleicht, vielleicht sind wir auch eines Tages und werden uns sagen, euch für den besten Vorschlag, können wir mal gucken, ob es so ein Set auch für euch zum Raushauen gibt. Aber nur vielleicht, weil ich weiß ja, die meisten wollen das so für Twitch haben. Wir machen kein Twitch, wir machen YouTube. Okay, ich spiel mal weiter. Was gibt's denn noch so? Oh, Meteorit. Wald. Findet Nemo. Da. Das ist ja weird. Das ist ja всё.